Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Thema Konenbettelpass bzw. Herausforderungen. Heute haben wir wieder eine neue Herausforderung und zwar müssen wir den Flurschrein der Teufel besuchen. Das ist eine sehr seltene Herausforderung und die gibt uns mehr XP, nämlich 70. Ich befinde mich jetzt gerade hier auf der Karte und zwar ist das genau bei J9 und da seht ihr schon im Hintergrund, da gibt es den Flurschrein der Teufel. In diesem Falle müsst ihr nicht allzu viel tun. Ich befinde mich natürlich im Admin-Modus. Ihr müsstet jetzt im normalen Modus erstmal die Leute hier, die euch angreifen würden, abwimmeln und ansonsten könnt ihr einfach nur nah genug heran und ihr seht schon hier rechts, dann wird das Ganze aktiviert. Ich hoffe, dass euch dieses Video geholfen hat und wenn ja, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und ihr könnt euch natürlich auch gerne meine weiteren Videos zum Thema Herausforderungen in Konen anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Vielen Dank für dein Like! Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.